Die Bioswing-Sitzsysteme verfügen über eine weltweit einzigartige Technologie. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes 3D-Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Nervensystem aktiviert hierauf Ihre Haltemuskulatur mit einer erhöhten Dynamik. Ihr Körper und Ihr Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Es funktioniert automatisch, ohne dass Sie selber Einstellungen am Sitzwerk vornehmen müssen. Die Sitzhöhe stellen Sie über den linken hinteren Bediengriff unter der Sitzfläche ein. Zum Anheben der Sitzfläche entlasten Sie den Sitz, ziehen Sie den Bediengriff nach oben und lassen Sie diesen in der gewünschten Position los. Zum Absenken der Sitzfläche ziehen Sie diesen im Sitzen nach oben und lassen Sie ihn in der gewünschten Position los. Stellen Sie die Höhe der Sitzoberfläche etwas höher als Ihre Kniekehlen. Ober- und Unterschenkel bilden einen jeweils über 90 Grad geöffneten Winkel. Die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden, ohne erhöhten Druck auf die Oberschenkelrückseiten. Die Sitztiefe stellen Sie über den rechten, vorderen Bediengriff ein. Ziehen Sie dazu den Bediengriff nach oben und durch gleichzeitiges Schieben des Sitzpolsters nach vorne oder hinten verändern Sie die Sitztiefe. Durch die Sitztiefenverstellung können Sie die Horizontalausrichtung der Sitzfläche individuell an Ihre Oberschenkellänge anpassen. Achten Sie darauf, dass die Sitzflächenvorderkante in etwa drei Fingerbreit von der Kniekehle entfernt ist, während Sie mit Ihrem Becken Kontakt zur Rückenlehne haben. Zur Unterstützung der physiologisch richtigen Beckenkippung und gleichmäßigen Druckbelastung Ihrer Oberschenkelrückseiten können Sie die Neigung der Sitzfläche einstellen. Die Neigung des Sitzes sorgt für die gewünschte Aufrichtung der Wirbelsäule in Ihre natürliche Form. Die Sitzneigung stellen Sie über den linken, vorderen Bediengriff ein. Drücken Sie diesen nach vorne und anschließend nach unten. Die gesamte Sitzfläche neigt sich entsprechend Ihrer Körpergewichtsverlagerung und Oberschenkelposition. Die Fixierung in der gewünschten Position erfolgt, indem der Bediengriff wieder nach oben gezogen wird. Nach der Einstellung der Sitzneigung kann eine Nachkorrektur der Sitzhöhe erforderlich sein. Zur Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden. Zur Veränderung der Armlehnenhöhe ziehen Sie diese in die gewünschte Position nach oben. Justieren Sie die Höhe so.